Ich brauche bitte ein Ticket nach Miami. Tut mir leid, Sir, aber der Flug nach Miami ist ausgebucht. Wir sind gerade aufgerufen worden. Stehen wir nicht auf der Liste? Augenblick. Ach so, Mr. Steinberg und Mr. Mason. Genau, mein Name ist Steinberg und das ist Mr. Mason. Hier sind Ihre Tickets. Fliegen erster Klasse. Aber beeilen Sie sich, die Maschine ist stark bereit. Vielen Dank. Bitte, ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Komm, Perry, es wird Zeit. Ja, natürlich, danke. Ich danke.